Caretex waschbare Saugwege und schützende Unterhosen bieten Frauen mit Harninkontinenz eine innovative und unvergleichbare Lösung an. Hautfreundliche, leichte und aus sandweichem Stoff bestehende Caretex Unterhosen sind so bequem wie herkömmliche Unterwäsche und sehen auch gut aus. Sie passen sich dem Körper gut an und fallen unter der Bekleidung nicht auf. Aufgrund der besonders saugfähigen Fläche im Geschlechtsbereich sind zusätzliche Slip-Einlagen nicht notwendig. Die Seitenbündchen um die saugfähige Fläche herum bieten optimalen Schutz gegen Auslaufen der Flüssigkeit, verhindern Flecken an der Bekleidung und somit fühlen sie sich trocken, sauber und wohl. Die mehrschichtige saugfähige Fläche saugt die Flüssigkeit enorm schnell auf und verhindert unangenehme Gerüche und sorgt dafür, dass sie sich rund um die Uhr trocken, sauber und wohl fühlen. Einerseits schützen die wasserdichten und atmungsaktiven Schichten ihre Bekleidung gegen Auslaufen und Flecken und andererseits verhindern sie Bakterienentwicklung, die zu Allergien führen durch ihre antiallergene und antibakterielle Eigenschaft. Jetzt ist es Zeit auf die verlegenen Momente und die grob aussehenden Einwegunterhosen zu verzichten. Mit Caretex saugfähigen und schützenden Unterhosen fühlen sie sich während des Sports trocken, sauber und wohl. Caretex Unterhosen, die mit ihrer facettenreichen Modellauswahl verschiedene Geschmäcker ansprechen, halten auch nach mehrmaligem Waschen ihre Form und Funktion wie am ersten Tag. Mit Caretex saugfähigen und schützenden Unterhosen fühlen sie sich über den ganzen Tag trocken, sauber und wohl. Bekleidung Untertitelung des ZDF, 2020